Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play Minecraft. Wir waren mit unserem Hausbau stehen geblieben und wollten uns ein bisschen Glas holen. Das ist jetzt zwar immer noch nicht fertig, aber ein kleiner Anfang schon mal. Und da müssen wir uns dann erstmal langsam, ja, damit antasten. Ich weiß ja nicht, wie viel Glas wir brauchen. Ich meine, das sieht schon ganz gut aus, wenn hier ein bisschen Glas oder eine Glaswand ist. Wenn man so rein kommt, ja. Und dann hier auch noch ein Stück. Und ich weiß bloß nicht, ob das hinhaut, wenn wir zum Beispiel drei immer Fenster machen. Dann so eins und zwei, drei. Zack, zack. Und zack. Ja, das würde sogar fast gehen. Außer das hier. Oder wir lassen einfach hier das Stück. Das würde ja auch gehen. Jetzt müssen wir wieder Nachschub holen. Dann haben wir wieder sechs Stück. Das würde, denke ich, reichen. Eins, zwei, drei. So. Dann wären wir mit dem Glas ja jetzt erstmal fertig. Wenn wir dann irgendwie noch Verwendung für ein Glas oder so hätten, dann haben wir ein bisschen was als Vorrat. So ein klein. Das wäre ja auch ganz praktisch. So, und erstmal ein Dach drauf, aber ich würde noch eins hoch machen. So, dass wir nicht ganz unter der Decke gleich sind, sondern noch ein bisschen Luft haben. Das ist ja auch ganz unter der Decke. So. So. Das sind wir wieder die Runde rum. Und unser Holz ist alle. Müssen wir wieder Neues holen. Zur Not müssen wir eben noch was hacken gehen. Das ist ja auch jetzt nicht schlimm. Aber wir haben noch ein Steak. Und den werden wir, denke ich, auch brauchen. So, jetzt bauen wir uns wieder hoch. So. Und wir sind jetzt auch fertig. Und nur noch hier eine Decke reinzimmern. So. Zack. Dann das noch weg. Und hier noch. Genau. Weg und und hier weg. So. So. Dann zack, 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 zack. Nachkommen. So. Und jetzt brauchen wir schon wieder das nächste. Ich mache meins zu viel. So. Zack. Und hier noch. Ach man. Das gibt's doch nicht. So. Okay. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Wenn's nichts wird, dann wird's eben nichts. Man kann's ja nicht ändern. Und... Ja. Dann kommen wir doch mit dem Holz noch gut hin, wenn ich nicht so viele Fehler hier immer baue. Machen wir hier noch eins. Und... Ja. Und hier noch. Was machen wir jetzt? Wir sammeln noch ein paar Samen, damit wir... Ja, damit wir unser Beet beenden können. Damit wir auch Weizen haben, was wir dann anbauen und... Jetzt haben wir zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vielleicht reichen die schon. Wäre ja ganz gut. So. Nehmen wir das und... Die Tür haben wir noch. Dann bauen wir nämlich gleich... Hier eine Tür noch ein. So. Und jetzt... Jetzt haben wir noch zwei übrig, die können wir hier hinten noch ran... ...setzen. So. Dann haben wir die auch alle verwendet. Genau. Gut. Haben wir das auch erledigt. Wir könnten jetzt noch ein bisschen Holz sammeln gehen. So. Vielleicht kleine Bäume, weil die großen machen immer so viel Arbeit. Immer die Äste noch rauszusuchen und so. Ja gut, Birken können wir jetzt auch wegmachen. Ist ja egal, welches Holz wir nun haben. Oder ob wir nur das Tobenholz haben oder hier normales Eichenholz oder Birke. ist eigentlich egal. Hauptsache, wir haben überhaupt was. Und... Das ist natürlich wieder ein großer Baum. Ist ja klar. So. So. Jetzt müssen wir irgendwie hier hochkommen noch. Wie viele Bäume sind hier zusammengewachsen? Ist doch schlimm. Ähm... Wo sind hier noch Äste? Ich glaube, der hat gar keine mehr. Das ist natürlich auch gut. Okay. Dann bauen wir den noch ab und dann würde ich sagen... Das war es auch schon wieder. Wir haben heute viel gebaut. So. Also wenn wir mal hier bedenken, da kommt schon ordentlich was zusammen. Ja. Ja. Vielleicht können wir das dann immer noch ein bisschen entweder nach weiter rechts oder nach oben ausbilden. Aber erstmal gefällt mir das so. Dann würde ich sagen, wir sind hier am Ende angelangt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. 2013 passenger t